Der Europlus-Werkzeugwagen ist das perfekte System zum Organisieren und Aufbewahren der Unior-Werkzeuge. Aufgrund der Größe eignet sich das System ideal für jede Werkstatt. Die tragenden Teile des Europlus bestehen aus robustem, hochwertigem Stahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm. Die ABS-Abdeckung des Werkzeugwagens wurde derart gestaltet, dass die Arbeitsfläche im Vergleich zum Standardwagen um 20% größer ist. Auf der Oberseite des Wagens gibt es auch drei Ablagefächer für die Aufbewahrung kleiner Teile. Diese Ablagefächer gewähren eine gute Übersicht und verbessern die Funktionalität für den Anwender. Durch die hohe Randkante bleiben die Werkzeuge und andere Gegenstände auf ihrem Platz und können nicht herunterrollen. Auf der Auszugsablage kann man Dokumente und sonstige Gegenstände ablegen. Die zu 100% ausziehbaren Schubladen gewährleisten Übersichtlichkeit und einen ungehinderten Zugang zum Werkzeug. Ihre gesamte Tragfähigkeit ist bis zu 40 kg. Die neuen Kugellaufschienen in der Länge von 400 mm sind hochwertiger als die Standardausführung. Sie ermöglichen eine 10% höhere Tragfähigkeit, der Lauf ist geschmeidig und fast unhörbar. Der Verschlussmechanismus verhindert das selbstständige Öffnen der Schubladen. Das Herausnehmen der Schubladen ist einfach. Man muss nur auf die Sicherungen drücken. Das perforierte Blech an den Seitenwänden des Werkzeugwagens stellt einen handlichen Platz zum Aufhängen des Werkzeugs und sonstigen Zubehörs dar. An den Seitenwänden des Werkzeugwagens sind zwei Abfallkörbe angebracht. Die pulverbeschichtete Farbstruktur gewährleistet eine sehr gute Haftfestigkeit und Rostbeständigkeit. Die Metallteile des Werkzeugwagens sind zusätzlich mit einem ökologischen Lack geschützt, der Cadmium und bleifrei ist. Die Wageneckkanten wurden mittels Antischock-Schutzleisten verstärkt, der den Wagen und das Umwelt vor Beschädigungen schützt. Die strapazierfähigen Räder im Durchmesser von 125 mm ermöglichen, dass der Werkzeugwagen wendig und stabil ist. Auch vollbeladen beim Fahren über ein Kabel. Auf den Werkzeugwagen Europlus kann man eine perforierte Werkzeugwand aus Blech anbringen. Mit dem Europlus Werkzeugwagen wird Ihre Werkstatt immer sauber und aufgeräumt sein.